Das gefällt mir gerade. Das ist gut. Slash Lake 4 ist perfekt. Ich seh nichts. Nein, ich hab die Kamera. Okay. Ich bin gelandet. Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64 mit Legendary Bones. Ja. Und da wir bei den roten Münzen stehen geblieben sind, da ihm das zu lange war, machen wir halt jetzt nochmal die roten Münzen. Ja, das dauert nicht bei mir zu lang zum Uploaden, deswegen. Nein, mein Weitpunkt geht schon wieder nicht. Aber jetzt. Da würde ich mich nicht festhalten, aber egal. Warte ich mal weg, dann komme ich auch da hin. Ja. Weil es nicht mehr effektiv zu lange dauert zum Uploaden und dann... Ja, hol mal davon die Rote. Okay, warte, bei mir leckt ein bisschen, ich häng... Ich häng gerade in der Wand fest. Ja. Hi Womp. Brauchst nicht auf mich herab stürzen. Ich hab die... Du meintest die, die, oder? Hättest auch gern die da oben holen können. Nein, die 2. Nein, die 2. Die 2. Bei den Piranhas. Ich komme... So. Ich geh schon mal so langsam vor. Ja, ich war gerade irgendwie rum. Ich geh schon mal so langsam vor. Ja, ich war gerade irgendwie rum. Bei den Piranha holen. So. Ja. Ist klar. So. Aber jetzt... Da, 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 leck. Darf ich jetzt die Münze haben? Danke. Sehr nett. Ich geh schon mal. Mach's mal die Piranha kaputt, bitte. Stirb Piranha. Hier. Münze. Weiiiin. Warum stirb ihr nicht? Ist das nicht nur die Münze dahin? Ah. Ja. Ich bin nur die Münze dahin. Nein, okay, dann hol ich sie. in jungen mehr und eine Runde 6 so ein lassen sich nicht allein nicht bin noch da um jedes mal der Manneslecht wird sich auf danke so Nein! Nein, okay, mach du nicht. Oh, jetzt bin ich alleine, na toll. Was machst du mal? Ich fack dir mein letztes Ding aus. Und am besten mal noch Swan up. Äh, ja. Könnten wir auch holen, ja. Ups, na, komm. So, jetzt brauchen wir noch zwei rote Münzen, dann haben wir's geschafft. Hier sind die beide da drin. Jetzt darf ich auch diesen Holzblöp nicht dagegen rein schlagen. Mal schauen, ob der jetzt packt. Wenn's nicht leckt, ja. Wow, und wenn Luigi nicht abrutscht. Und wenn er springen würde, wenn ich A drücke. Mal schauen, mach mal Luigi zu. Das war alles gewollt. Alles Teil meines Plans. Und ich mal. So, ich hab mich gleich wieder abgeschlossen. Nein, 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 nein. Magst du dich jetzt endlich dann durch durch den Zaun? Danke. So. Jetzt auf die letzte Rote Münze und dann zum Beispiel fertig. nicht lädt noch mal runter. Das ist blauer. Und wenn er nicht im Grunde ist, du hast die ganze Zeit benutzt, dann kannst du einen Moment noch reinigen, Dann kannst du dir den Film fangen, du musst du dir keine Fernsehwerbe, wie schnell, warst du hier Pause, das ist schlimm ich drück ab und erst eine Sekunde später nimmt er wieder dann endlich es muss ich abteilen müssen früher abrücken dass ich eigentlich ich springe also ergeblich kein Fallschirm endlich roter Münz der geschafft endlich jetzt wird schlimm jetzt wird geflogen im roten Schalter Palast oh Gott das wird so noch grausamer ja 8 roter Münzen im Flugkappenschalter oh Gott DOLONG warte die kriegen wir eigentlich auch noch einen Stern zum Tod nein gibt es keinen ne der gibt keinen Stern nicht mehr der hat noch nie einen hergegeben doch nö doch denn wenn man drei Sprung reingemacht hat hat er immer einen Stern gegeben der nicht nicht die 3.000 den Stern geben ist einer im Keller und zwei sind oben ok ach ja genau die Flugkappe sieht man nicht ok auf Gott ist das Kacke fast hätte ich die zwei Münzen daneben bescheuert schütteln holen holen und so das war ein 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 es war man hat ja da kann ich nicht bin zu weit unten sein zu lassen machen kann ich den Schalttag aktivieren wenn das nicht legen würde danach kann ich wieder aufgrund stürzen gehen wir da in die erste welt und probieren den stern 30 minuten fast das ist auch so ein flugkoppending aber nicht so schlimm äh du kannst du fliegen das unfaire so so ja oder also herr also er hat die fluggruppe Warte ich lande Du musst jetzt immer noch haben oder nein? Ich weiß es nicht Was muss ich sie haben? Ich hab sie nicht mehr Okay Soll ich jetzt mal probieren? Oh komm, so geht das aus Ja du musst sowieso das Secret sammeln Ich bin gerade durch ein Secret durchgeflogen und hab's nicht bekommen Was ist mit der Kamera drehen? Ja ich kann ne Warte Na Hm Hilft dir die? Fluchkorts Fluch Fluchstunde Fluchstunde ever Mhm Oh ist das kacke Boah ist das schrecklich ey Hol dir mal ne neue Fluchkabel bevor dir deine ausgeht Wie Wenn ich mich töten könnte, kannst du das erst mal probieren Äh In dieser Welt kann man sich nicht töten Du bohrst das durchschüsschen. Oh Gott, ich kann das überhaupt nicht hin. Jetzt muss ich mein Skill auspacken und fliegen, was ich nicht kann, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, das ist kacke. Natürlich, mein Gott, ach, super. So, wir haben den Stein geholt, da. Nein, wir haben den Stern. Du, ich bin nur vorbei. So, wir haben den Stern fertig. So, wir haben den Stern, so. Das ist Kosti. Das ist ja richtig, richtig am Müll. Wie soll ich es sagen? So, wo sind wir hin? Da hoch. Genau, und da rein. Mal gucken, da kannst du ja vorrutschen, oder? Nee, weil bei mir, glaube ich, dann die Rutsche nicht spawnt. Aber warte, ich probiere es mal. 作' 3-2-0-2-1-1-2-1-1-1-0-1-1-1-1-1-1.5-2-2-1-1-2-1.5-2i-1-1-2.3, hey, du hast du das jeden? Ja, das ist klar. Gott sei Dank. noch mal machen und unter 20 sekunden dass wir wenigstens irgendwas erreicht haben in diesen baden ja ich glaube ich schneide die flugkappe einfach komplett raus weil dann haben wir sicherlich an den 20 minuten noch nein ich bin ja so habe ich mir das gedacht ja mach du mal ich glaube die höher man die lex stellt umso schwieriger ist es ja auf gut auf gut auf gut Oh Gott auf gut naja uuuuuh jaa oh Gott ich stell den letzten mal auf 3,4 oder so runter dann haben wir vielleicht ein paar legs oder ist die steuerung vielleicht halbwegs ok 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 wenigstens eine halbwegs akzeptable steuerung ok 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 das ist gut das ist gut das ist gut das gefällt mir gerade ich weiß es nicht es ist schlecht hier ist perfekt ich sehe nichts ich habe die Kamera auf fui Ok, bin gelandet. Slash Lake 4 ist perfekt. Ja. Hab ihn. Gut. So, jetzt haben wir Slash Lake 4, jetzt gibt's die Challenge. Was ist jetzt los? Nein, im Abschluss. Nein. Ok, dann war's das für diesen Part. Ja, gut. Ok. Endcard, ne? Blablabla, bitte. Ja, genau. In der Endcard findet ihr den vorherigen Part und den nächsten Part. Tschüss. Und ja, bis dann an der Wiedersehen. So, das war's mit SM64 Multiplayer für diese Woche. Links kommt ihr noch mal zum vorherigen Part auf der X-Gaming PS Kanal. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und rechts kommt ihr zum nächsten Part, der eben auch auf der X-Gaming PS Kanal erscheinen wird. Und oben auf Black-Share-3-Bones kommt ihr zu meinem Zweitkanal, in dem ich Real-Life-Videos drehen werde. Und unten bei You Cannot Care What Is Already Death ist natürlich der X-Gaming PS Kanal verlinkt. Dort könnt ihr mal vorbeischauen, auch ihn abonnieren, damit ihr dieses Projekt hier nicht verpasst. Und damit ihr immer am Laufenden bleibt. Und ja, wenn euch sein Kanal interessiert, könnt ihr auch andere Videos bei ihm ansehen. Würde ihn sicher freuen. Ja, ich bin einer von Team Dry Bones. You Cannot Kill What Is Already Death.